Witz und so kommt heute auch mit freundlicher Stützung von Kasper, das Kasper-Ingenieur-und-Design-Thema tausende von Stunden damit verbracht zu schlafen und die Kasper-Matratze zu entwickeln. Das klingt echt nach einem guten Job. Die Matratze für einen federnden Latex und stützende Memory-Schäume zu einer Schlafoberfläche, die nie zu hart und nicht zu weich ist, sondern immer genau richtig atmungsaktives Design sorgt darüber hinaus für eine konstant angenehme Temperatur. Die Kasper-Matratze gibt es für 90 mal 2 Meter für 450 Euro, 1,40 breit 600 und 1,80 breit 800 und auch Größen dazwischen. Ist laut dem Timer gesehen eine der besten 25 Erfindungen 2015. Fast Company Innovation Award und Big Innovation Award. Ihr könnt euch mal einfach die Kasper-Matratze kaufen. Absolut risikofrei. Lieferungen und Rückgabe sind kostenlos. Und ihr könnt die Matratze 100 Nächte lang Probe schlafen. Wenn ihr das Bett danach nicht mehr mit der Matratze teilen möchtet, holt die Kasper-Sie kostenfrei ab und ihr bekommt das Geld zurück. So, die ist mehrschichtig aufgebaut. Ich habe die auch schon seit einer ganzen Weile jetzt. Ist sehr gut, nicht zu hart, nicht zu weich. Genau richtig, die ist relativ dick im Vergleich zu manchen anderen Matratzen. So 25 Zentimeter in der Hausnummer. Und kostenloser Versand, selber Probe schlafen, haben eine eigene Schäumerei in Deutschland, made in Germany. Ihr könnt gehen auf kasper.com slash schlaf. Dann gibt es 50 Euro Preis nach Lass auf den Kauf einer Matratze. Und ihr könnt das einfach mal bei euch ausprobieren. Kriegt das in so eine Kiste, so eine Kühlschrank große Kiste geliefert. Die macht ihr auf. Also ihr solltet die Kiste wahrscheinlich erst in den Raum tragen, wo die Matratze hin soll. Dann macht ihr die Kiste auf, holt ihr die Anleitung raus, da steht dann drauf, macht die Folie auf. Dann macht ihr die Matratze. So ein bisschen wie, wenn man so im Wohnzimmer so eine Notfallrutsche aus dem Flugzeug zündet. Habe ich gehört. Das ist richtig. Es gibt bei Kasper auch entsprechende, passende Bettwäsche und Kissen. Die Bettwäsche habe ich leider nur im Showroom gesehen in London. Würde ich gerne auch mal ausprobieren. Und das ist insgesamt eine sehr feine Sache, um gut zu schlafen. Also ich schlafe jetzt eine ganze Weile schon drauf. Ist sehr gut. Schlafe wie ein Stein. Deswegen siehst du immer so frisch aus in der Früh. Ja, genau. Und ihr könnt das wie gesagt, also 100 Nächte Probe schlafen und wenn ihr nicht zufrieden seid, dann auch wieder zurückgeben oder sie einfach behalten und direkt weiter schlafen. Herzlichen Dank an Kasper für die Unterstützung. Kasper.com slash schlaf Okay. Also das hier ist ein bisschen wie gesagt, aber das ist ein bisschen wie gesagt.